Hey Kameramark, ja frohe Weihnachten! Ich habe dir ein Gratis-Preset für Christmas-Title in DaVinci Resolve in die Beschreibung gepackt. Also einfach runterladen und guck dir mal das Timing-Ding an, weil da kannst du nämlich einstellen, wie schnell die Animation rein- und rauskommen soll, indem du diesen mittleren Punkt hin- und herslidest unter dem In-Parameter. Ich wünsche dir viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal und wenn du noch mehr Gratis-Title-Stuff bekommen willst, dann hier findest du das und du kannst mich auch unterstützen, indem du meine Produkte kaufst, die auf meiner Webseite direkt neben den Downloads sind. Also frohe Weihnachten! Ciao!